Forschen und studieren in einer modernen Arbeitsumgebung mit hoher Aufenthaltsqualität. Das ist die Fachbibliothek Philologikum der Ludwig-Maximilians-Universität. Mit dem Philologikum hat die Universitätsbibliothek ein neues Fachzentrum für die Sprach- und Literaturwissenschaften geschaffen, das mit einem interdisziplinären Buchbestand intellektuelle Zugänge zu einem umfassenden Spektrum von Sprachen, Literaturen und Kulturen aus Gegenwart und Vergangenheit bietet. Für mich ist das Philologikum der zentrale Ort meines Studiums. Hier kann ich konzentriert lernen, mich aber auch mit den anderen austauschen. Ich studiere Komparatistik und ich freue mich total, dass das Philologikum eröffnet hat. Egal ob Literatur aus der Germanistik oder aus der Anglistik, aus der Romanistik, ich finde hier wirklich alles, was ich brauche. Mit rund 430.000 Büchern in 80 Sprachen und 740 Lese- und Arbeitsplätzen ist das Philologikum die größte Fachbibliothek der LMU. Die gleichzeitig Raum zum Abschalten bietet, aber auch zum gemeinsamen Arbeiten und Diskutieren. Dann darf es auch mal lauter werden. An anderen Orten in der Bibliothek ist es wiederum ganz still, wie in den Einzelcarols oder im Silenzium. Im Philologikum findet jeder die Literatur und Arbeitsumgebung, die er braucht. Herzlich willkommen im Philologikum. Benvenuti in el Philologikum. Hjertelig willkommen til Philologikum. Der wird Doloakili einene den üftdesten Kirchaston Philologikum in. Lascava Prosimo Philologikum. Hjertelig willkommen til Philologikum. Gertelig åskuehen immer beten, ob Philologikumsche. Werichertanlehr willkommen in Bokasab Helmsvegetatar. Hoc sein Erhomenon, Cainenses Bibliotheken Philologon Sjaire, est amalista lego. Salveite Amnes, quat quat venistis ad Philologicum novum. Felicitar interatem.